11. März 2018 12.41 Uhr Arthur gewann mit Gremio Copa Libertadores der spanische Fußballspitzenklub FC Barcelona hat sich eine Kaufoption für Verpflichtung des Brasilianers Arthur von Gremio aus Porto Alegre gesichert. Der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler würde in der vereinbarten Transferperiode im kommenden Juli 30 Millionen Euro kosten, dazu könnten weitere Zahlungen in Höhe von 9 Millionen Euro kommen. Mit Gremio hatte Arthur 2017 Copa Libertadores gewonnen.